So, bevor das Video losgeht, eine Nachricht an genau dich. Sau viele von meinen Zuschauern sind noch keine Abonnenten. Wenn du mir also einen Gefallen tun möchtest, in dem Video mehr explore diesen Content. Diesen Content feiere ich. Lass gerne ein Abo da. Ciao. Hallo und herzlich willkommen auch wieder zu diesem Video. Ah, ist das nicht geiles Wetter? Also ich nehme das heute auf am 18. Samstag. Die Heizung ist noch ein bisschen an, denn die Garage ist ja, auch wenn sie keinen Strom hat, relativ gut isoliert. Das heißt, im Sommer hält sie die Kälte vom Winter noch ein bisschen aufrecht. Und zum Winter hin habe ich noch ein bisschen Restwärm vom Sommer. Was aber jetzt gerade bedeutet, es ist draußen schön warm. Hier drin immer noch schweinekalt. Heizung läuft ein bisschen, wenn ihr ein bisschen rauschen hört. Sonst lasst euch nicht davon beunruhigen. Ja, es gibt viele Neuigkeiten, viele coole Sachen. Es gab beim letzten Mal, hat einer geschrieben, das war immer ein bisschen zu viel Durcheinander. Da gebe ich recht. Deswegen versuchen wir diesmal ein bisschen ruhiger zu werden. Ab und zu gucke ich immer noch da oben hin. Und dass wir ein bisschen Struktur hier reinbringen. Mein Rucksack ist voll mit geilen Goodies, worum wir uns kümmern müssen. Ich zeige euch das ganz kurz heute mal ein bisschen. Was wir vielleicht heute sehen werden. Also der Plan ist, um das erstmal klarzustellen, ich würde gerne den Auspuff anbringen. Dann würde ich gerne hier die linke Seite der Armatur heute fertig kriegen. Ich würde gerne am Tacho, da will ich so eine kleine Halterung, Verlängerung bauen, dass der Tacho ein Stück schräger zu mir hochkommt. Sitzbank, habe ich beschlossen, ist das aller allerletzte, was raufkommt. Die Scharniere und alles dafür ist aber schon mal da. Denn will ich endlich diese Bremse fest haben und die Achse fest machen. Diese Trommel, die man hinten braucht, diese kleine ist auch da. Und hinzu kommt noch, da liegt da hinten der 3D-Druck, Kettenschutz kommt auch noch ran. Es gibt eine Menge zu tun, Licht ist jetzt erstmal egal. Aber ich habe es ja schon mal in einem älteren Video erwähnt. Ich bin bei meiner S51 sehr, wirklich sehr angetan vom Mikuni VM20 Vergaser. Und darum wollte ich unbedingt, auch wenn ich den, was ist das, 16106, ne? Ja, auch wenn ich den 16106 nie gefahren bin, wollte ich ihn unbedingt gegen einen Mikuni ersetzen. Problem ist, der Mikuni wird nicht mehr produziert, der VM16. Jedenfalls nicht von Mikuni selber, nur wieder im Nachbau. Aber dadurch, dass ich schon so schlechte Erfahrungen habe und von sehr, sehr vielen Missständen weiß, was den Nachbau von dem VM20 angeht, war das für mich keine Option. Und nun ist es passiert. Ja, es war Vollmond. Alle drei wichtigen Simson-Sterne standen in der richtigen Konstellation. Und irgendwo ist da ein kleiner Setrick geboren worden. Und dadurch gab es die Möglichkeit, auf Kleinanzeigen, New Old Stock, neu und unbenutzt, ein VM16 353. Der muss da jetzt natürlich auch noch irgendwie ran. Ich hoffe mal, dass sich dadurch auch ein bisschen die Problematik löst mit dem Choke und dem Bautenzug, weil das ja so hässlich da drin ist und so klemmt. Ich habe auch in weiser Voraussicht schon ein Seilzug-Umbau-Set bestellt. Das bedeutet, der Choke, den ich hier oben, seht ihr jetzt nicht, den ich hier extra hingebaut habe, so wie auch bei der S51, den kann ich weiter benutzen. Weil wenn hier später das Seitenblech vorauskommt, kommst du ja nicht mehr ran. Also müssen wir den Choke irgendwie, den Startvergaser irgendwie da weglegen. Ja, das wird aber eine Menge getüftet, weil der passt da natürlich, so wie der VM20, nicht Plug and Play ran. Da muss ich gucken, was ich da mache, wie ich da mache. Aber ja, muss ich da mal ran. Und ich habe noch keine so kleine Düse gefunden, weil im 16N1-6 ist ja eine 50er Hauptdüse von BVF. Das ist bei Mikuni schwierig. Muss man mal schauen, weiß ich noch nicht. Vielleicht kann ja auch der andere Luftfilter der Beruhigungskasten hier weg. Werden wir alles sehen. Jo, jetzt zeige ich euch erstmal, was ich meine und vorhabe. Was hier hinten, wie ich das meine mit dem Tacho. Guckt mal mit. So, in dem Original sitzt der Tacho ja, das kam, denken wir mal weg jetzt hier, sitzt der Tacho ja so flach drauf. Dadurch, wie ich sitze, ja, mein Kopf ist ja ungefähr hier nachher, ein bisschen ungefähr höher noch hier. Wenn das hier auch noch beleuchtet ist im Blau, durch die LEDs da drin, siehst du gar nichts. Das heißt, der Tacho müsste, um es hart zu sagen, so irgendwie sitzen. Ja, so fast schon. Und dazu muss ich hier ein Stück raus trennen. Wie genau ich das alles mache, weiß ich noch nicht. Und habe mir deswegen hier so einen kleinen Adapter gebaut. Später dann, der ist jetzt nur weiß. Entschuldigung, ist glaube ich jetzt unscharf geworden. Der ist jetzt nur weiß, weil es ein Prototyp ist. Das ist jetzt nicht von unsichernd. Aber, dass man es sich vorstellen kann, dass dieser Adapter dann später dafür sorgt. Ja, so, man sieht es hier, dass der dann raus guckt. Geht jetzt noch nicht, weil das Loch genauso groß ist wie der Tacho. Nur, dass ihr mal seht, ich drücke es jetzt einfach mal in Form. So ungefähr noch sehr viel steiler, nur, dass ihr seht, woran ich da eben bearbeite. Dann wieder hoch den Pumps, Bremse festmachen. Der Griff ist übrigens immer noch mega gut. Wenn man das Gefusche da weglässt, ist das eine echt schöne Nummer. Vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr. Kann man erst mal so lassen, muss man dann später bei der Fahrt nochmal ausprobieren. So, dann gucken wir uns jetzt noch einmal den Lauf an. Die Flucht nimmt es mal jetzt. Oh, finde ich schon ziemlich glücklich mit. Jetzt lassen wir mal gucken, ob das auch vorne einigermaßen passt. Ja, es steht mir dafür ein bisschen ungut hier, muss ich ehrlich sagen, Leute. Ich meine, ihr wisst alle, wie das genau geht. Das ausrichten und gucken, dass das auch alles passt. Vor allen Dingen muss das jetzt hier auch noch nicht perfekt sein, ne? Vergesst das nicht. Dann stellt man ja zum Schluss nochmal alles in Ruhe ein. Oh, die Spur ist richtig sauber, ne? Ist die Kette jetzt noch zu locker, wenn ich nicht drauf sitze? Wie gesagt, wenn ich erst mal drauf sitze, dann hat das eine ganz andere Spannung, ne? Das darfst du nicht vergessen. Das kriegen wir hin. So, jetzt gucken wir uns mal den Kettenschutz hier an. So, dann müssen wir mal gucken. Hier soll der so rauf. Erstmal spreizen wir den hier. Achso, hier muss er höher. Hier muss er genau übers Federbein, weil er sonst blockieren würde. Und dann habe ich mir einfach nochmal gekauft, die hier. So. Jetzt müssen wir gerade gucken. Wie rum. So, man könnte das so machen, weil wir müssen noch ein bisschen gucken, dass wir da nirgends wogegen kommen, ne? Hier reicht das noch nicht ganz. Ich könnte auch hinter die Schraube gehen, aber dann ist da echt wenig Platz zwischen dem Ding und meinen Fingern. Und das wäre nicht so gut. Also im Idealfall höher. Im Idealfall so hoch. Mit der Kette gibt es da schon mal keine Probleme, wenn das so ist. Das ist ja schon mal etwas. Wo ein Stück tiefer ganz geil wäre, ne? Aber dann müssten wir hier ein Stück rausnehmen für die Schraube. Weil so hoch fände ich das gar nicht gut. Oder, ja, ich müsste da was rausnehmen für die Schraube. Und ich müsste hier ein Loch reinbohren. Aber ich habe jetzt, oh nein, ich habe mein Werkzeug nicht hier aus dem Keller. So, so hätte ich das ganz gerne, weißt du? Okay, Leute, ich zeige euch jetzt mal was, ja? Hier ungefähr. Ich hole die mal so weit wie möglich nach hinten. So. Hier wollen wir hin. Und ich werde jetzt einfach meinen Lötkolben nehmen, den guten von Lidl. Und den da reinstecken. Aber wenn das heiß genug ist, dann können wir das einfach schmelzen. Versteht ihr? Und auf eure Fingers aufpassen. Und dann können wir auch schön loslassen. Hier sehen wir auch schon unser Loch, was wir dabei sind zu tun. Schon haben wir ein Loch. Jetzt lassen wir das ganz kurz abkühlen. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Hier oben ist es, ja? Ein bisschen abkühlen lassen. Dann popeln wir uns die Kacke hier noch weg. Wenn das gerade aufliegt. Aber, so. Tada, Loch. Ich habe jetzt auch noch mal ein Stück rausgebrochen und rausgesägt. Und zwar hier, damit wir hier oben einfach näher kommen. Weil, äh, es ist sonst zu eng hinten in der Kette. Erst dann machen wir den hier unten schön fest. Beste geht, da darf man auch nicht vergessen. Das ist halt. Und das ist jetzt sehr wichtig, falls ihr euch denkt, was ist ich schon kackt? Der muss da tausend Sachen machen. Ja, muss ich. Aber ihr dürft nicht vergessen, Das Ding, oder hier, dieser 3D-Kettenschutz von Simsonbox.de von Martin. Das ist... Martin, dass du Achter-Schrauben genommen hast, das verzeiht dir nie. Das ist nicht für die S1... Das ist nicht... Das ist nicht für die S... Das ist... Meine Güte. Also, noch mal ganz in Ruhe, ja. Dieses Set hier, dieser Kettenschutz, der ist nicht für den SR4 gedacht. Nicht für die Vogelserie, nicht für sonstigen. Der ist einzig und allein für S50, S51. Was natürlich jetzt darin resultiert, dass manche Sachen hier einfach nicht passen. Weil sie dafür auch nicht gemacht wurden. Das ist nicht schlimm. Da kann hier der Kettenschutz nichts für. Das war mir auch von vornherein klar, dass das dafür nicht gemacht ist. Aber ihr wisst ja, ich schraube einen Bastel gern. Ich wollte halt mal gucken, wie es wird. Kriegt man das irgendwie hin? Kann man das irgendwie umbauen? Oder eben nicht. Und das probiere ich hier gerade nebenbei. Und ihr seid Zeuge davon. Und schon wieder Akku erschöpft. Man kann doch ein. So Leute, ich hoffe, ihr könnt das Rauschen im Hintergrund entschuldigen. Das ist nicht, wie viele vermutet haben, mein Mikrofon. Weil mein Mikrofon sitzt hier oben separat und ist eigentlich sehr teuer. Das ist immer noch der Wechselrichter. Ich habe hier immer noch keinen richtigen Strom. Und wenn die richtig Leistung geben für die ganzen Lichter, dann braucht das nur mal ein bisschen Saft. Da muss gekühlt werden. Tritra, tralala. Ich bitte es zu verzeihen. Auf der Seite sind wir jetzt schon mal ziemlich gut vorangekommen. Beim letzten Mal ist mir der Kamera Akku ausgegangen. Ihr braucht nicht reinschreiben, wie unprofessionell das alles ist. Das weiß ich selber. Vielen lieben Dank. Nee, Spaß Leute. Was kann man dazu sagen? Also erstmal passt es sehr gut jetzt. Ich habe hier oben noch. Ich habe es, glaube ich, gesehen. Wir gehen gleich nochmal drauf ein. Hinter der Schraube hier ein Stück weggemacht. Damit ich den ganzen ein bisschen weiter zu mir kriege. Problem ist aber. Also erstmal, ich habe hier ein kleines extra Loch reingemacht. Das habt ihr gesehen. So funktioniert das ganz gut. Vorne scheint die Schwinger auch ein bisschen dicker zu sein. Da hält es ein bisschen besser. Hier hinten ist das aber zu wackelig, wie man sieht. Ich habe es schon mal gesagt. Der ist eigentlich konzipiert der Kettenschutz für eine S51. Der hat hier dran nichts zu suchen. Ich verlinke euch den gerne unten nochmal in der Videobeschreibung. Aber da kann der Martin, der sich das Ding ausgedacht hat und vertreibt. Ich habe den auch ganz normal gekauft. Der kann da nichts für. Also nicht, dass ihr sagt, oh, der passt nicht. Ist logisch, dass er nicht passen kann. Darum werde ich das hier nochmal irgendwann lösen. Und werde dann noch vielleicht alten Schlauch oder sowas zwischenpacken, dass das ein bisschen mehr Griff hat. Aber selbst wenn, selbst wenn er ganz rüberrutscht. Ich weiß nicht, wie ihr es hört. Ich müsste es jetzt schon doll rüberrücken. Lass uns mal so. Selbst dann schleift er nichts. Es sieht nur nicht so schön aus, wie er gerade wäre. Da muss ich noch was machen. Entweder ziehe ich mir das hier ein bisschen ran. Aber ich glaube eher, ich werde hier nochmal mit Gummi unterfüttern. Und dann passt das auch. Ich hole euch jetzt nochmal nach hinten hier, damit ihr es mal seht. Und dann geht es nach vorne ans Mobil. Ich bin so aufgeregt. Bist du auch aufgeregt, Jerry? Ich auch. Ich sehe schon, mein Junge. Du musst tiefer, ne? Warte mal. So, und jetzt seht ihr hier. Das ist der Kettenschutz hier, das schwarze. Und das ist die Kette. Also selbst wenn ich es ganz ran drücke. Warte. Wo es jetzt frei flattern würde, ist da immer noch neben eine Menge Luft. Aber ich mache dir nochmal fest, dass er eigentlich so sitzt. Also ihr seht, Luft ist da genug, my friend. Geilo. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Ihr macht, das ist schwer zu beschreiben. Ihr hortet Sachen. Ihr hortet Ewigkeiten, legt die irgendwo hin. Ihr braucht sie nie. Es geht mir in dem Fall um einen Spiegel. Also bei der S51, man sieht es jetzt nicht, habe ich ja unten liegende Spiegel. Hätte ich beim Star auch gerne wieder. Und da ist einer mal kaputt gegangen. Also habe ich ein zweites Set gekauft. Die gibt es im Zweierpark. Das heißt, ich hatte hier ja wirklich jahrelang einen zweiten. Erst habe ich versucht, einem Kumpel zu schenken. Der hat es dann anderen gekauft. Und dann habe ich ihm irgendwann mal einfach meinen Nachbarn hier, meinen Garagen-Nachbarn mitgegeben. Für seinen Jungen. Da ist er jetzt dran. Alles gut und schön. Aber dass ich den jetzt verschenkt habe in den Jahren, habe ich vergessen. Habe aber eine Aufnahme gekauft, den Spiegel. Nur halt kein Spiegel. Jetzt muss ich gucken. Weiß ich nicht. Mach ich zwei, drei, mach ich nur einen dran. Oh ja. Und so ein Zweierpark ist mir meistens eigentlich wieder zu toll. Also muss ich mal gucken. Schauen wir mal. Jetzt kümmern wir uns aber. Deswegen füttel ich hier gerade schon mal rum um den Kupplungshebel. Und dann machen wir den an den Motordeckel drauf. Und kümmern wir uns mal um die Armatur hier oben. Das wird auch den Griff mal rauf, damit das schon ein bisschen mehr nach Mobil aussieht. Das heißt, hier oben gehen wir jetzt bei. Ich weiß noch nicht genau, wo der Kupplungshebel durchkommt. Der Kupplungszug. Nein. Ei. Tja. Der könnte ja zu kurz sein. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Shit. So, nun hätte ich noch einen Vergaser, einen Schubzug für die S51. Wie lange ist es näher? Das wäre der Schubzug gewesen. Ist ja noch kürzer. Kann ich nicht. Ja. Nun gut. Das ist ja ein anderes Problem. Damit wir erstmal vorankommen, kümmern wir uns jetzt erstmal um diese Kombination hier. Also guck mal mit. Jetzt sind folgende Dinge zu beachten. Und da habe ich mir noch nicht so ganz Gedanken drüber gemacht. Da könnte wieder Teil meines Entscheidungsprozesses sein. Und zwar habe ich ja den Vorteil, dass ich diese Aufnahme hier komplett da rauf schieben kann. Ja. Also die, äh, auch da rauf schieben. Die kann ich auseinanderschrauben, die Spiegelaufnahme. Und die kann ich nachträglich anbringen. Das heißt, ich werde ja jetzt nur Platz dafür lassen. Und die wahrscheinlich jetzt die Frage, die muss ja eigentlich hier hin. Weil das Dilemma ist. Das ist jetzt echt schnell zu sehen. Das sind wir mal näher. Also Griff, der Orgolyt. Weil ich muss ja den Hebel gut erreichen können. Danach müsste eigentlich der Kombischalter kommen. Weil wenn er zu weit weg ist, ist das kacke. Und danach darf ja dann erst der Spiegel hin. Das heißt, ob ich wirklich den noch benutzen werde, ist die Frage. Vielleicht gehe ich doch mit einem oben liegenden Spiegel. Weil ich hier einfach das Gewinde dafür habe. Weißt du? Weil sonst der Spiegel hier. Und den kriege ich nicht getüft. Wenn ich da drauf sitze mit meinem fetten Wams, kriege ich, wenn der Spiegel hier ist, keine Chance, dass ich andere vorbeigucken kann. Du könntest ausprobieren. Aber glaube ich nicht. Also jetzt erst mal den hier rauf. Das geht immer ein bisschen schwer. Da müsst ihr euch ganz, ganz sachte rantrauen. Ja, hört dazu. Das müsst ihr jetzt so leicht einmassieren. Aber ganz leicht. Sucht euch am besten ein bisschen fit oder so. Oder irgendwas zum Erwerben, dass ihr das ganz sauber da raufkriegt. Okay? Ich mache jetzt kurz einen Kacken. Wir sehen uns wieder, wenn der ungefähr hier ist. Alles klar. Ja, das hat jetzt ein paar Minuten gedauert. Es ist aber drauf. Ja? Man sieht auch, die Oberfläche ist schön glatt. Ich habe das alles sauber gemacht. Ganz viel fit genommen. Schön. Hier würde sich fit übrigens, ungelogen, wirklich gut bleiben. Aber auch das ist gar kein Problem, wenn man das Richtige wegsetzt. Habt ihr gehört? Das ist da. Ah, schön. Das finde ich gut. Es ist ungefähr in einer Flucht mit gegenüber. Da ist der Schriftzug hier. Und geht dann nach hier. Hier. Da. Da. Hier. Ein Meisterwerk. Fokus, Götter. Ah, danke. Ja, nicht zu nah. Mich zeige ich auch gleich, warum nicht zu nah. Ich weiß, es ist total gegen das Licht. Das muss jetzt einfach funktionieren. Also, ich habe ja jetzt hier ein Stück Luft gelassen. Ihr seht, wenn man es hier mal rumdrückt. Da ist echt viel Platz dazwischen. Guck mal, Licht. Fast als würde ich hier manchmal seriöse Sachen machen. So, pass auf. Ihr habt hier in eurem Hebel diese Biegung drin. Und wenn ihr jetzt, ich mache es hier mal oben. Oh, pass auf. So, so ist es noch besser, für euch zu sehen. Wenn ich jetzt zu nah dran wäre, guck mal. Ihr seht das, wenn ich jetzt hier den Fixpunkt hätte, dann drücke ich mir das jedes Mal in das Gummi rein. Ihr seht, wie das da oben dreht, wenn das zu nah dran ist. Wenn ich jetzt aber so ein Stück frei lasse, dann berühre ich da gar nichts mehr. Okay? Und deswegen habe ich das so gemacht. Ich mache das mal eben fest und dann gehen wir zur nächsten Baustelle. Eine wichtige Sache hierbei ist noch, was machen wir mit den Blinkers? Wo gehen wir die hin? Die muss ich auch noch irgendwie gefetzt kriegen. Kabel habe ich genug. Daran muss ich scheitern. Die gehen richtig weiter rein. Dann bräuchte ich nur so eine runde Halterung, wo unten quasi eine Mütter eingesetzt wird mit dem Gewinner. Da wird von innen von mir was gegengesteckt. Dann hat man schon mal den Zug. Und dann schraubt man das da einfach rein. Ja, okay. Brauche ich nur, ja, das sollte leicht zu bauen sein. Einfach nur rund 22 Millimeter. Unten offen, dass man es rumbiegen kann. Unten kommt die Mutter rein. Und mit dem Verschrauben von dem Ding hier, tönk, tönk, klemmt sich das dann fest. Sollte einfach sein. Habe ich den Kupplungsdeckel schon sauber gemacht? Also für die Lichtmaschinenseite, ne, mit dem Kupplungsdeckel. Habe ich nicht. Aber wie man so einen Deckel anbringt, ist ja jetzt auch keine so große Sache. Dazu sei zu sagen, ich habe es beim letzten Mal oder vorletztes Mal in den Kommentaren gesehen gehabt, wo ich, glaube ich, mit dem Kabel für den neutralen Gang, für die neutrale Ganganzeige, wo ich da rumgeeiert habe, hat, glaube ich, jemand geschrieben, von wegen, der hat das Plättchen umgedrückt für den Tacho. So, da du ja am Anfang, wenn du dich angesprochen fühlst, das Video ja gesehen hast, dass ich den LED-Tapel von Koso nehmen werde, weißt du jetzt auch, warum ich das getan habe. Weil den brauche ich nicht. Jo, ich würde sagen, heute haben wir einiges wieder geschafft. Es geht Stück für Stück für Stück voran. Das finde ich sehr gut. Knieblech ist auch so eine Geschichte, da müssen wir ein bisschen gucken. Ich beschäftige mich mal mit den Blinkern. Wegen dem Mikuni müssen wir auch noch gucken. Ja, ist jetzt viel Spielerei, ne? Also man könnte das Ding jetzt fertigstellen und so fahren. Aber ich bin halt ein Spielkind. Ich hoffe, die Saison kann ich fahren. Eigentlich bis Mai ist so gedacht. Gucken wir mal. Wenn euch solche Videos gefallen, Abo, Kommentar, Like. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, ciao. Bis dann, 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 bis dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017